Es ist ein wunderschöner... Fuck! Die wehen! Die wehen! Ich sah nur noch Bilder und sonst überhaupt nichts. Neues Video! Ja, ja, ich weiß, seit drei Wochen kam nichts mehr. Ich weiß, ich weiß. Gern geschehen. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn man echt keine Ideen hat, über welche Scheiße man überhaupt hier berichten kann, kann man auch einfach ein Video drehen. Ich meine, mein Video mit Thumbnail hat weniger Aufrufe als meine anderen Videos ohne Thumbnail. What the fuck? Wie unfair ist das denn, bitteschön? Verdammte Scheiße! Und manche Leute fragen sich, wieso können Leon, Max Scherner und Simon Destino so berühmt sein und so gute Klicks bekommen und so gute Likes bekommen? Ganz einfach, Leute. Weil die sich null Mühe geben. Wenigstens gibt es einen YouTuber, der sich wirklich Mühe gibt. Zum Beispiel Luca Concrafter. Ich meine, er bereichert sich ja nicht nur an seinen Fans, nein, er macht sogar eine Pizza für sie. Sogar mit kleinen, coolen Kunststoffteilchen. Es ist genauso wie ein Happy Meal, wo sich wirklich niemand freut, weil da einfach alles, was bei uns cool ist, schon weg ist. Ich denke, jeder Mensch mit klarem Verstand sollte wissen, dass wir nicht absichtlich Plastik drauf getan haben und dass nicht ich da jetzt irgendwie an der Produktion stehe und da Plastik drüber gestolpt habe oder so. Allein diese dreiste Lüge kann man einfach nicht glauben. Ich war dort und ich habe alles gefilmt. Yo, Luca! Dein Einsatz! Ich da jetzt irgendwie an der Produktion stehe und da Plastik drüber gestolpt habe. Tja, ABK, ich hoffe, ich konnte dir ein gutes Video hier bieten. Ich meine, du hast hier sogar ein Video mit Beweisen in deinem neuen Video. Oh ja, ich sehe schon, die Dislikes regnen. Da fällt mir ein, ich muss auf jeden Fall über die zwei Minuten kommen und ich schaffe das schon irgendwie.